Der Kampfwert des Systems Panzer wird hier nicht nur technisch bewertet, sondern auch durch emotionale, durch seelische Aspekte sozusagen. Die Menschen im Fahrzeug und ihr inneres Empfinden, ihr Seelenleben, sind wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus Stahl. Heute mit einem ganz besonderen Fahrzeug, dem da. Das Fahrzeug, das Sie hier hinter mir sehen, hat den schönen Namen trilateraler Versuchsträger. Nicht besonders poetisch, aber sehr sprechend. Denn trilateral, also dreiseitig, weil es ein Fahrzeug war, das von drei Gruppen hergestellt wurde. Und Versuchsträger, weil an diesem Fahrzeug bestimmte Dinge versucht werden sollten, erprobt getestet werden sollten und das Fahrzeug trug diese Dinge. Die drei Gruppen waren in dem Fall europäische Staaten, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die hatten sich 1981 zu einer Kooperation zusammengetan. Und Ziel dieser Kooperation war es, schon in den 1980ern eine Panzerabwehr-Lenkrakete zu entwickeln, die dann in den 1990ern die bewährte HOT hätte ablösen sollen. Das Projekt hatte damals den wunderbar prägnanten, gut merkbaren Namen Panzerabwehr-Raketensystem III, lange Reichweite. Also Panzerabwehr-Raketensystem III, lange Reichweite oder wesentlich kürzer PARS III LR. Diese Raketen sollten sowohl von Hubschraubern als auch von Landfahrzeugen verschossen werden können. Und als dann im Rahmen der vertraglichen Entwicklung die Landverschießbarkeit des Systems zur Vertragserfüllung auch wirklich real getestet werden musste, man muss das ja irgendwann mal zeigen, dass das auch geht, baute man eben 1991 diesen trilateralen Versuchsträger, kurz TVT. Und der Clou an diesem System ist nun folgendes, man sieht ja auch, dass er sehr ungewöhnlich aussieht, der TVT verschoss nicht, wie die alten Panzerjäger der Bundeswehr, die Raketen, oder alle Panzerjäger zu der Zeit, die Raketen in Bodennähe direkt vom Fahrzeug ab, sondern dieses Fahrzeug hat einen Mast. Dieser Mast konnte innerhalb von weniger als einer halben Minute auf fast 13 Meter Höhe eleviert werden, das heißt also elevierbare Plattformen ausgefahren werden. Und die Besatzung des Fahrzeuges war im Fahrzeug untergebracht, unter Panzerschutz, während Beobachtungsmittel, die Werfer, Munition und so weiter oben in der Plattform angebracht waren. Das bedeutet, die Besatzung konnte unter Panzerschutz und hinter Deckung das Gefechtsfeld beobachten, Ziele aufklären und den Feuerkampf mit den neuen Lenkraketen führen. Das ist natürlich ein wahnsinns Vorteil. Erstens hat das Fahrzeug damit eine viel größere Übersicht, durch die große Höhe einen Vorteil mit der Übersicht, mit der Aufklärung, mit der Zielerfassung. Und zweitens konnte dann noch aus einer sicheren Deckung heraus, sei es nun gegen Sicht oder wirklich richtig gegen Einwirkung, gekämpft werden. Ob das nun Bodensenken waren oder Gebäude oder dichter Waldbewuchs, das Fahrzeug kann eben hinter solchen Dingen stehen, den Mast ausfahren und dann über die Deckung den Feind bekämpfen. Diese Idee war auch grundsätzlich gar nicht neu zu der Zeit, weil sie ja relativ naheliegend ist. Schon Anfang der 1980er gab es ein anderes Entwicklungsprogramm, das den schönen Namen Kampfwagen 90 trug. Also die sprachliche Verwandtschaft zum Jäger 90 ist hier klar hörbar. Wir sind da in einer Zeit, wo der Zusatz 90 noch Zukunft suggerierte. Da sind wir bald wieder. Der Kampfwagen 90 oder auch KW 90 oder manchmal auch Kampfpanzer 90, der von Deutschland und Frankreich entwickelt werden sollte, sollte dabei eine ganze Familie von Fahrzeugen umfassen, die gleichartig sind und für verschiedene Aufgaben ausgelegt. Und eine dieser Varianten wäre natürlich auch ein Jagdpanzer gewesen, der, Sie ahnen es, ein Mast hätte haben sollen. Es bewaben sich mehrere Firmen darum, weil das eine relativ komplexe Sache ist. Und im Rahmen dieser ganzen Projekte wurde in Munster im Frühling und im Sommer 87 zwei Versuchsträger erprobt, im Rahmen des Experimentalprogramms Panther, wie es hieß. Also hier in Munster, in der Kampftruppenschule, Truppenjungsplatz Munster, Truppenjungsplatz Bergen. Der VT1, der Versuchsträger 1, basierte laut Achtenlager auf einem Leopard 2. Richtig, ein Leopard 2. Der TVT später wird auf einem Leopard 1 wieder basieren. Und wenn man nach diesen Kranpanzern sucht und nach dem Panther-Programm sucht, dann findet man meistens die Version mit dem Leopard 1, die eben auch entwickelt wurden. Die findet man in Büchern eigentlich immer, die anderen nicht. Der 1987 im Munster erprobte VT1 sollte, wie gesagt, ein Leopard 2 haben, laut Aktenlage. Das könnte ich jetzt auch einfach so behaupten. Aber daran gibt es Zweifel. Es wird überlegt, ob das nicht eher ein SP-70 Chassis war. Also man hat in der Zeit auch versucht, eine neue gepanzerte Artillerie zu bauen, Panzerartilleriefahrzeug. Und es wird vermutet, dass eher das Chassis davon, das nicht mehr gebraucht wurde, dann für den VT1 benutzt wurde. Da werden wir nochmal nachforschen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. So. Auf jeden Fall. Egal, was für ein Chassis unten war. Es war halt ein Kampfpanzerschassis. Das ist schon mal klar. Denn auch die SP-70 basierte auf einem solchen. Dieses Fahrzeug, VT1, hatte einen bemannten Turm. Es sollte also wirklich ein Soldat in einer Kabine, in dieser Plattform sitzen und mit der Plattform hochfahren. Und da oben seinen Dienst vollführen. Zu den Details kommen wir gleich. VT2, der andere basierte auf einem Marder und der hatte einen unbemannten Turm. Und die Versuche hier in Munster hatten keinen großen, keinen breiten Fokus, sondern einen sehr genauen. Nämlich, Zitat, in einer vergleichenden Bewertung der unterschiedlichen Auslegungen der beiden ausfahrbaren Plattformen zu einer Entscheidungsfindung für die bemannte oder unbemannte Plattform aus taktischer Sicht zu gelangen. Zitat Ende. Das war also die Frage, um die es hier im Frühling und Sommer 87 ging im Munster. War eine bemannte oder eine unbemannte Plattform an der Spitze eines Mastes sinnvoll? Andere Aspekte wie Panzerung, Erstschuss, Trefferwahrscheinlichkeit und so weiter, das war nicht das Thema. Die Tests konzentrierten sich auf eine Frage, nämlich die Führbarkeit und die Zielaufklärung in Kombination. Also, der VT1 basierte, wie gesagt, auf einem Leopard 2 oder einem SP-70 Chassis. Die Ausfahrhöhe des Mastes betrug auch hier schon 13 Meter und die Ausfahrgeschwindigkeit lag bei 0,25 Meter pro Sekunde, was ein bisschen langsamer noch war als beim TVT. Das Fahrzeug war mit drei Mann besetzt. Der Fahrer saß ganz klassisch in der Wanne am Fahrerplatz eines Leopard-Panzers. Da muss man nichts umbauen, das ist okay so. Der Lenkschütze, der die Lenkflugkörper dann später wirklich ins Ziel leiten sollte, saß unten in der Wanne, quasi in der Mitte, in einem Bedienstand mit mehreren Monitoren. Und der Kommandant saß beim VT1 in der Plattform, in einer kleinen Kabine, die sowohl beheizbar war als auch gegen ABC geschützt. Und dort oben hatte er eine ganze Reihe von Beobachtungsmitteln zur Verfügung. Das Ding war ausgestattet mit dem Besten, was die Technik damals hergab. Das ist ja bei Versuchsträgern immer so. Erstmal wird alles probiert. Er hatte zur Verfügung drei Winkelspiegel, also klassische Ausblickspiegel, ein Periskop mit einer bis zu 23-fachen Vergrößerung. Er hatte TV-Kameras zur Verfügung, schwarz-weiß wohlgemerkt, und Wärmebildgeräte. Und wenn nötig, konnte er natürlich, weil er oben war, aus einer Luke heraus mit dem bloßen Auge oder mit dem Fernglas ins Gelände gucken. Was, wie ihn Soldaten und Soldatinnen immer wieder bestätigen werden, eine ganz wichtige Sache ist, um das Gefechtsfeld wirklich richtig zu erfassen, um zu fühlen, was vor sich geht, um zu verstehen, was vor sich geht. Der Lenkschütze in der Wanne hatte auf seinen Monitoren das Bild der Kameras und Wärmebildgeräte auch zur Verfügung, was oben auf der Plattform aufgenommen wurde und dann unten runtergeleitet wurde, damit er erst dann zum Lenken benutzen konnte. Und die Aufgabenteilung zwischen den beiden wird in diesem Bericht, der uns vorliegt, zu diesem Panther-Programm beschrieben als, Zitat, Im Regelfall wählte der Kommandant die Beobachtungseinrichtung der TV-Kameras und des Wärmebildgerätes gekoppelt. Er richtete das Ziel an. Der Lenkschütze beobachtete auf seinen Monitoren das vom Kommandanten gewählte Ziel mit. Bei Bedarf, zum Beispiel Vorrangigkeit der Führungsaufgabe, konnte der Kommandant die Bedienung der oben angegebenen Beobachtungsgeräte und der Waffenanlage an den Lenkschützen übergeben. Zitat Ende. Für den Fall, dass der Musk wegen eines technischen Defektes oder wegen eines Gefechtsschadens nicht wieder eingefahren werden konnte, das musste ja in Betracht gezogen werden, konnte sich der Kommandant mit einer Notabstiegshilfe aus der Kabine abseilen. Man muss ja irgendwie da rauskommen. Die Vorrichtung war relativ einfach, aber natürlich funktionabel. Ein Seil mit einer sogenannten selbsthemmenden Gleitvorrichtung. Das brauche nichts Komplexes zu sein, der Mann muss ja nur rauskommen da oben. Der VT-2, das Konkurrenzmodell, basierte wie gesagt auf dem Schützenpanzer Marder. Auch hier war der Mast wieder 13 Meter hoch. Der wurde allerdings mit 0,18 Metern pro Sekunde deutlich langsamer ausgefahren. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, warum der Unterschied so da ist. Wahrscheinlich von der Menge, die man an Ausfahrmechanik in das Fahrzeug reinbekommen kann. Der Fahrer saß auch hier, wie beim VT-1, am herkömmlichen Platz des Fahrzeuges, wo er hingehört. Kommandant und Richtschütze, wie es hier jetzt heißt, in den Akten auch, beim Einser ist es der Lenkschütze, hier ist es der Richtschütze, saßen aber nun zusammen im Kampfraum in der Wand des Fahrzeugs. Das wird später noch wichtig, behalten Sie es mal im Kopf. Als wichtigstes Beobachtungsmittel waren drei TV-Kameras in der Plattform oben montiert, die zusammen ein Übersichtsbild in einem Winkel von 60 Grad erzeugten, und zwar in Farbe. Und das war damals wirklich eine ganz wichtige Sache. Es ist technisch aufwendig gewesen, das so klein und auch resistent oder resilient zu verbauen. Und deswegen war das im VT-1 auch gar nicht eingebaut. Das war also eine Besonderheit des VT-2. Und da das Bild ja nun per Kabel nach unten in den Panzer übertragen wurde, nutzte die Bundeswehr der 1980er dafür den schönen Begriff optronischer Winkelspiegel, oder kurz OVIS, das OVIS-System. Also ein Winkelspiegel ist ja ein Spiegel, der ums Eck geht, damit man so rausgucken kann. Und das ist halt in groß mit Kabel, dann eben mit Kameras. Also OVIS, optronischer Winkelspiegel. Und die Bezeichnung für das System ergibt aber völlig Sinn, weil das zusammenhängende Bild die Beobachtungsebene setzt, die der Kommandant im VT-1 ja mit seinen klassischen Winkelspiegeln noch hatte. Und die, wie gesagt, sehr wichtig sind. Der freie Blick ins Gelände ist immer das Natürlichste, aber der Winkelspiegel ist das Nächste. Nochmal, dieses OVIS war zu der damaligen Zeit ein sehr fortschrittliches System, das einen erstaunlich guten Eindruck des Gefechtsfeldes lieferte. Um die räumliche Orientierung zu erleichtern, also wo steht der Panzer und der Mast und ich, also wo gucken wir gerade quasi alles hin, wurde dem Kommandant angezeigt, in welcher Stellung die Fahrzeuglängsachse zum Sichtfeld des OVIS stand. Ja, so wie das bei Computerspielen heute noch gemacht wird, wer jetzt gerade daran denkt. Also man sieht, wie die beiden Sachen zueinander ausgerichtet sind. Darüber hinaus waren natürlich auch hier, wie beim VT-1 in der Plattform, noch einfache schwarz-weiß-TV-Kameras eingebaut, werden mit Bildgeräte eingebaut, beides mit einem jeweils schmaleren Sichtfeld. Mit diesen Mitteln sollten beide Panther laut Bericht folgendes können. Sie sollten das Gelände bis fünf Kilometer im Groben, wie es heißt, also in Struktur und Bebauung aufklären können. Das ist die erste Forderung. Sie sollten bis zwei Kilometer Mündungs- und Trefferblitze sicher aufklären können. Also wo ist das, es mitbekommen und auch einordnen können, wo es im Feld ist. Und sie sollten mit diesen Mitteln eigene Panzer und Infanterie, also allgemein eigene Kräfte, sowie Signalmunition bis zwei Kilometer sicher erkennen, beziehungsweise beobachten können und im Falle der Kräfte von Feindkräften unterscheiden können. Beide Fahrzeuge verfügten übrigens über eine FNA, eine Fahrzeugnavigationsanlage. Und diese, Zitat, zeigt die Richtung der Fahrzeuglängsachse bezogen auf die Nordrichtung an. Besonders die Besatzung des VT2 nutzten die Anlage häufig mit Erfolg bei der Aufgabe, orientieren in unbekannten Gelände. Zitat Ende. Die ersten Tests für beide Fahrzeuge mit sogenannten Darstellungsmitteln, also mit simulierten Effekten, wurden im März und April 87 durchgeführt. Und sie ergaben erstmal deutlich, dass die Aufnahme und die Verarbeitung von optischen Eindrücken, beispielsweise Mündungsblitzen von Bordkanonen oder Signalmunition, mit den ungefilterten Beobachtungsmitteln, wie es genannt wird, des Kommandanten in der Kabine des VT1 am schnellsten ging. Also wenn er wirklich aus der Luke herausschaut oder wenigstens nur Winkelspiegel benutzt, das geht am schnellsten. Die Aufnahme und Verarbeitung dieser Signale durch das OVIS wurde empfunden als mittelbar, als verzögert, als nicht wirklich direkt. Einzelne Details wurden im OVIS nicht eindeutig dargestellt oder sie waren farblich nicht eindeutig erkennbar, was gerade bei Signalmunition fatale Folgen haben kann. Das war ein großes Problem. Daher war eindeutig der bemannte VT1, dem VT2 im Tageinsatz überlegen. Ironischerweise war es im Nachteinsatz genau umgekehrt. Hier war der unbemannte VT2 mit seinem speziellen Set aus Beobachtungsmitteln wieder überlegen. Und die Kampftruppenschule Munster bezweifelte diese Ergebnisse erstmal nicht, sagte aber, das ist hier nur ein erster Schritt. Man muss die Laborergebnisse natürlich noch so nah wie möglich im Einsatz überprüfen und man muss gucken, ob diese Überlegenheit des VT2, Entschuldigung, die Unterlegenheit des VT2 bei Tag wirklich spürbar ist. Und deswegen nahm das Fahrzeug an einem Gefechtsschießen teil. Dabei, während dieses Gefechtsschießens, wurden alle optischen Wiedergaben, also alle Bilder, die oben im OVIS kamen, in den Kameras kamen, in den Wärmebildgeräten kamen und so weiter, wurden aufgezeichnet. Sodass man später genau vergleichen konnte, was im Feld passierte und das, was die Besatzung in den VTs gesehen hat und wie sie es bearbeitet hat. Und dabei stellte sich dann seltsamerweise oder interessanterweise raus, dass, Zitat, Kommandant und Richtschütze des VT2 alle Gefechtsfeldinformationen wie Einschläge, Artillerie und Mörser, hochgezogene Sprengpunkte Artillerie, Einschläge, Treffer, Blitze 20 mm, Panzerkanone, Lenkfluggräufe, künstlicher Nebel, Sprengung, Detonation von Minen, Rauch- und Staubentwicklung, Brände, Waffenwirkung von Flugzeugen eindeutig erkennen konnten, Zitat Ende. Also eine ganze Batterie von Sachen, die geprüft wurde und erkennbar und belegt eben gesehen wurde, richtig. Daraus ergab sich, Zitat, Die Leistungsunterschiede sind nicht so signifikant, dass sich aus ihnen eindeutig eine Entscheidung zugunsten einer Version ableiten lässt. Festzuhalten ist die Tatsache, dass auch ein System, das den direkten Blick des Führers in das Gelände durch Bildschirminformationen ersetzt, VT2, für weitreichende Pass 3 möglich erscheinen. Zitat Ende. Naja, und das ist eine kleine Zeitenwende. Hier in den ausgehenden 1980er Jahren lässt sich das Heer darauf ein, den Schritt in die angenommene Realität des bildschirmbasierten Kämpfens der Zukunft zu gehen. Also Sie werden das nicht automatisch abführen und sagen, no, ist ein bisschen schwierig, aber wir machen das. Das ist eine Form des Kampfes, die bei den schwimmenden und den fliegenden Kräften mit Sonar und Radar und so weiter schon lange Realität ist. Das sagt auch das Papier selber. Aber das Heer macht hier die Tür auf für eine viel radikalere Umsetzung, diese Idee. Und wirklich spannend wird es dann nochmal, wenn die Kampftruppenschule dann eben doch eine Wahl zwischen den beiden Modellen trifft. Also Sie sagen, wir schrecken nicht, also der Auftrag war ja, Sie sollen eine Entscheidung treffen und Sie sagen, es ist ausgewogen, aber wir schrecken nicht davor zurück, doch noch eine Entscheidung zu treffen. Und wie Sie das machen, ist hochgradig interessant. Sie machen es nämlich nicht mit Technik oder Sie machen es nur indirekt mit Technik. Denn das Papier weist darauf hin, dass beim VT1 mit der bemannten Kamine die Soldaten ausgesprochen vereinzelt sitzen. Und das stimmt ja auch. Der Kommandant sitzt oben in seiner Kapsel, der Fahrer sitzt vorne in der Wanne in seinem Kraftfahrerraum und der Lenkschütze allein in seinem Bedienstand in der Mitte in der Wanne. Das Problem dabei ist, und das ist ein entscheidendes, Zitat, Das ist eine ganz wichtige Sache. Der Kampfwert des Systems Panzer wird hier nicht nur technisch bewertet, sondern auch durch emotionale, durch seelische Aspekte sozusagen. Die Menschen im Fahrzeug und ihr inneres Empfinden, ihr Seelenleben sind wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems. Und ihr emotionaler Haushalt ist genauso wichtig wie zum Beispiel die Farbdarstellung im Ovis oder eine Trefferblitzerkennung. Diese Überlegung ist ausgesprochen plausibel. Das Papier selber weist darauf hin, dass die Forschungslage diese Einschätzung breit stützt. Und das ist nicht nur für die damalige Zeitrichter, sondern gilt auch bis heute nach weiteren 30 Jahren Forschung auf dem Gebiet der Militärgeschichte, der Militärpsychologie, der Militärsoziologie unangeschränkt weiter. Das ist genau richtig, wie es beschrieben wurde. Hierbei wird übrigens auch der Fall bedacht, dass die Kommunikation zwischen Kabine und Wanne im Gefecht leicht gestört werden kann, was zu, Zitat, Unsicherheit innerhalb der Besatzung, Zitat Ende, führt. Und auch die Tatsache, dass der Kommandant in der Kabine in einem erheblich höheren Maß gefährdet ist als die Soldaten in der Wanne, wird in Betracht gezogen, zumal die Wanne ja nochmal in Deckung steht, abgesehen vom Panzerschutz. Und folgerichtig wird auch die Frage angesprochen, wie soll eigentlich ein verwundeter Kommandant aus der ausgefahrenen Kabine gerettet werden? Selber abseilen, klar, wenn er fit ist, aber wie wird er geborgen? Diese Kabine müsste sehr viel umpanzerten Raum umfassen, um einen Menschen sinnvoll aufzunehmen, was die Plattform groß, schwer und eben doch nur mittelmäßig gepanzert machen würde. Und das, obwohl mit dem Kommandanten doch ein kritisches und ausgesprochen verletzliches Ziel exponiert wird. Im Umkehrschluss gilt, und das ist jetzt eine technische Folgerung daraus, dass die unbemannte Plattform des VT2 kleiner ist und viel, viel weniger wiegt. Und daher können die Aufklärungsmittel im Gegenzug wesentlich massiver umpanzert und geschützt werden. Zudem wäre so eine VT2 unbemannte Plattform auch wesentlich schwerer zu treffen. Und wenn sie getroffen wird, fällt nicht sofort der Kommandant des gesamten Fahrzeuges aus. Im Fazit kommt die Panzertruppenschule, macht der Gewohnheit. Im Fazit kommt die Kampftruppenschule Munster daher im September 87 zu dem Schluss, dass, Zitat, von einem Gefechtsfahrzeug Pass 3 mit einer nicht bemannten Plattform in einem Jahrzehnt insgesamt der höhere Kampfwert zu erwarten ist und schlägt daher die Weiterentwicklung des VT2 vor. Punkt. Zitat Ende. Warum sind nun diese Giraffen, diese Mastpanzer, wie sie umgangssprachlich oft genannt wurden, nie in der Truppe angekommen? Denn das sind sie in der Bundeswehr nicht. Nun, die Idee von landgestützten Panzerjägern verliert ab 1989 deutlich an Attraktivität. Da mit dem Ende des Kalten Krieges keine Panzermassen aus dem Osten mehr als akute Bedrohung zu erwarten waren, waren Entwicklungen zu deren Abwehr auch gar nicht mehr Priorität und womit die Finanzierung wegfiel. Der Panther wurde dann endgültig mit dem Bundeswehrplan 1993 gestrichen. Gab es nicht mehr. Dazu heißt es in der Bundestagsdrucksache 1429 aus dem November 1998, Zitat, Während der Entwicklungszeit kam es zu einschneidenden Veränderungen der militärpolitischen Lage in Europa, die sich auf das Vorhaben auswirkten. Aufgrund der veränderten Lage wurde der landgestützte Träger für Pass 3 LR, der Jagdpanzer Panther, mit dem Bundeswehrplan 1993 gestrichen. So, und hier schließt sich jetzt der Kreis zum TVT hinter mir wieder. Denn auch wenn der Panther als System selbst um 1990 aus dem Fokus geriet und 1993 aus der Planung fiel, so passierte das mit den Panzerabwehr-Lenkraketen der dritten Generation nicht. Noch 1988 war die anfangs erwähnte Kooperation zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland in einem neuen großen Vertrag zur Entwicklung von Pass 3 LR gefasst worden. Und dieses Projekt wurde weiterverfolgt. Das ist ja gerade unterschrieben worden. Und auch wenn die Raketen nun nur noch ausschließlich zum Verschießen aus Hubschraubern geplant waren, musste vertraglich die Landverschießbarkeit der Raketen immer noch nachgewiesen werden. Also während der Panther als konkretes Modell für ein massenhaft angeschafftes Fahrzeug für die Bundeswehr gerade stirbt, wird die grundsätzliche Idee der massenverschossenen Lenkraketen 1991 nochmal in die Hand genommen, um die Vertragsauflage für die Pass 3 LR von 1988 zu erfüllen. Dazu wird dann aber ein anderes Modell als die 87 im Munster erprobten Fahrzeuge gewählt, nämlich eines, das auf einem Leopard 1 basierte. Und daraus entstand dann der TVT, den Sie hier hinter mir sehen. Denn dieses Fahrzeug wurde für den Verschuss von Pass 3 Raketen angepasst und dann eben 1996 als trilaterale Versuchstheorie in Meppen getestet. Also knapp ein Jahrzehnt nach den Pantherversuchen in Munster und genau in der Zeit, als man damals sich überlegt hatte, dass die Einführung des Panthers langsam sinnvoll hätte sein können. Der TVT verschoss damals erfolgreich Pass 3 LR, alles super. Allerdings entwickelte sich das Projekt um die Raketen selber zunehmend zu einem rüstungswirtschaftlichen Desaster. 1993 stieg Großbritannien aus dem Projekt aus, Frankreich stieg 2004 aus, andere Staaten, die als assoziierte Partner dabei waren, sprangen ebenfalls ab und Deutschland trieb das Projekt alleine voran und bestellte 2006, also ein Vierteljahrhundert nach der Idee, das zu machen, 680 Raketen für 418,8 Millionen Euro. Also ein Stückpreis von deutlich über einer halben Million Euro pro Rakete. 1919 berichtet auch das Magazin Kapital von einem vertraulichen Bundesrechnungshof-Bericht, in dem die Anschaffung der Raketen scharf kritisiert wurde, sowohl vom Verlauf des Verfahrens, als auch von der Qualität des Materials am Ende des Verfahrens. Den Bericht dazu verlinken wir hier im YouTube-Text. Und so schließen wir das Video. Die PAS-3 sind Realität geworden, wenn auch mit zweifelhafter Qualität. Kampffahrzeuge mit Masten sind es bisher nicht, zumindest nicht in großer Zahl. Dabei sind der Panther und der TVT keineswegs Exoten. Immer wieder wurde schon vorher und werden auch nachher Mastlösungen angedacht und erprobt. Und in den Sachen, die ich jetzt abschließend dazu sage, hätte ich Ihnen gerne mehr Bilder gezeigt. Aber diese ganzen Mastgeschichten sind immer nur so Projekte, die irgendwo mal kurz aufpoppen und dann wird ein Foto gemacht und die sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Und die findet man zwar im Internet und deswegen finden Sie die auch, wenn Sie die Namen googeln, aber wir dürfen Sie hier nicht einfügen, das ist urheberrechtlich nicht möglich. Also das mal zur Frage, warum zeigt denn nicht mehr Fotos? Wie gesagt, mit ein bisschen Google-Kunst finden Sie das meiste. Also, den ersten Turmpanzer gab es bereits 1937. Da ist ein Patent angenommen worden für einen gepanzerten Maschinengewehrträger auf Ketten mit einem aufrichtbaren Turm, der es eben auf 3,50 Meter bringen sollte. Dieses britische Gerät mit Namen Praying Mantis, also Gottesanbieterin, war für die damaligen Verhältnisse absolute Hightech und scheiterte wie so oft bei absoluter Hightech an der Benutzbarkeit. Aber die Idee, eine Mastlösung zu machen, wurde immer und immer wieder aufgegriffen, seitdem. Und es gab eine ganze Reihe von Lösungen, an denen rumgebastelt wurde. Dabei wurden vor allen Dingen immer wieder die Idee von Panzerabwehr und Luftabwehrwaffen auf Masten aufgegriffen und durchgeprobt. Das mussten übrigens gar nicht immer Kettenfahrzeuge sein oder auch nur gepanzerte Fahrzeuge sein. 1988 wurde beispielsweise ein LKW vom Typ MAN 4510N präsentiert, auf dem ein Mast mit elevierbarer Plattform samt Panzerabwehr-Lenkrakete, Startröhren verbaut war. Also quasi die LKW-Version des Panther. Was auch Sinn ergibt, wenn man sich überlegt, dass es ja vom Roland auch eine LKW-Version gibt. Also insofern ist das schon nicht unlogisch. Das Prinzip war aber auch schon ein paar Jahre vorher, in den frühen 1970ern in den USA abhobt wurden und wurde übrigens in den 2010ern von der chinesischen Armee nochmal aufgenommen. Also Panzerabwehrlenkraketen auf einem Mast auf einem LKW. Aber auch da scheint es zu keiner Serienproduktion geführt zu haben, genauso wenig wie in Deutschland und in den USA vorher. Immer wieder wurden zudem dem hier erwähnten VT-2 auch Überlegungen angestellt, Schützenpanzer als Basis für Mastlösungen zu versehen. Wenn Sie ja suchen, finden Sie zum Beispiel parallel zum VT-2 einen britischen Schützenpanzer Warrior mit einer vergleichbaren Mastlösung, denn die wollten ihre PAS-3 ja auch verschießen. Einige Projekte beschäftigen sich mit der Idee, damals die bald erwarteten Laserwaffen darauf zu montieren. Also man hat damals viel mit Laserwaffen herumexperimentiert und es schien nicht unrealistisch, dass die irgendwann mal kommen würden. Und so arbeiten beispielsweise in Deutschland die Firmen MBB und Diehl in den späten 1980er Jahren an der Idee, diese Technologie für Flugabwehr nutzbar zu machen. In den Modellen und den Zeichnungen sieht man, dass die Technik, die nötig war, um den Laser zu generieren, tatsächlich auch die Ausmaße eines modernen Kampfpanzerturmes hatte. Also war die Idee naheliegend, dieses komplette Gerät auf ein Kampfpanzerschassis zu setzen. Der Mast mit dem nötigen Spiegelsystem war nach vorne geknickt und senkrecht dahinter nach oben verlief die Munitionszufuhr, also der Schlauch, durch den der Laser oben zum Spiegel, zum Emitter gelangen sollte. Und ein Zeitungsbericht von 1988 war ausgesprochen positiv und sagte voraus, dass, wenn alles so gut weiter liefe, die ersten Flugabwehrpanzer mit Laserwaffen voraussichtlich 1998 einsatzbereit sein würden. Andere Projekte bewegten sich in deutlich niedrigeren Sphären, und zwar sowohl technologisch als auch von den Höhenmetern. So meldete Rheinmetall 1984 ein Patent an für Kampfpanzer, bei dem nur das Rohr des Kampfpanzers mittels eines Armsystemes auf eine Höhe von 4 Meter gehoben werden sollte. Nicht der ganze Turm. Die Idee gab es auch mal, aber die ist, glaube ich, oder soweit ich weiß, nicht weiter verfolgt worden. Ein Bild dieses Patentes, wie nur das Rohr hochgehoben wird, kann man bei Google finden. Den Link fügen wir auch unten ein. Also Sie sehen, es ist eine ganze Bandbreite von Ideen, wie man die Waffe eines Fahrzeuges elevieren, hochheben kann. Das geht so weit, dass sogar bei den sogenannten Technicals, also bei den improvisierten Kampffahrzeugen, wie sie beispielsweise in Syrien und Libyen usw. benutzt werden, Mastlösungen gab. Das sollte man nicht glauben, aber gab es oder gibt es. In solchen Szenarien wurden beispielsweise zivile Hebebühnen, womit man dann normalerweise an Häusern oder in Bäumen arbeitet, versehen mit Maschinengewehren in gepanzerten Kampfständen. Und diese Hebebühnen mit Maschinengewehr wurden dann auf Laster montiert, die ihrerseits wieder improvisiert gepanzert wurden. Und schon hat man ein Unterstützungsfahrzeug mit elevierbarer Plattform. Eine Armee, die momentan ein gepanzertes Kettenfahrzeug mit Mastkonstruktion im Einsatz hat, ist die tschechische Armee mit diesem Namen. Ich versuche gar nicht, es auszusprechen. Das Fahrzeug basiert auf einem BVP und hat einen Mast, der auf 14 Meter ausgefahren werden kann. Das scheint also eine sinnvolle Höhe zu sein, so um 12, 13, 14 Meter. Das Fahrzeug verfügt in der Plattform über diverse Aufklärungsmittel, Radar, Restlicht, Wärmebildgebung, Kameras und so weiter und so fort. Die theoretisch maximale Aufklärungsreichweite einzelner Sensoren beträgt laut der tschechischen Armee 20 Kilometer. Der Datentransfer zurück ins Feuerleitsystem hat eine Reichweite von 14 Kilometern. Das bedeutet eine Gesamtlinie maximal von Feind bis zur Datenverarbeitung von 34 Kilometern. Da das Fahrzeug 65 kmh schnell ist und eine Reichweite von 600 Kilometer hat, kann es zumindest laut Datenblatt ein enormes Gebiet unter Panzerschutz und Ausdeckung heraus aufklären. Sie sehen also, Mastlösungen faszinieren immer wieder aufs Neue, denn ähnlich wie Panzer selbst versprechen sie gleichzeitig Schutz und Trutz. Also einerseits die Möglichkeit kämpfen zu können und treffen zu können, die Trutzvariante, andererseits sich möglichst wenig dem gegnerischen Feuer auszusetzen, die Schutzvariante. Und auch wenn gerade Drohnen aller Größen und Funktionen ein anderes Mittel jetzt sind, das verfügbar geworden ist, um ähnliche Resultate zu erzielen, so haben die doch wieder eigene Probleme und eigene Begrenzungen. Und die Idee eines Mastfahrzeuges ist daher sicher, egal welche Art, lange noch nicht vom Tisch. Da wird bestimmt noch was kommen. Gerade je weiter wir voranschreiten mit Steuerungs- und Regulierungstechnologien, um sowas zu machen, ist die Chance hoch, dass da noch was kommt. Und deswegen hat der TVT seinen Platz hier im neuen Ausstellungsbereich mit dem Namen »Zukünfte des Panzers« redlich verdient. Als eine Zukunftsversion sind er und vor allem der Panther damals keine Realität geworden. Das Prinzip des Mastpanzers war immer wieder eine Zukunft und das Prinzip des Mastpanzers bietet auch weiterhin Potenzial für ganz viele verschiedene zukünftige Modelle. Also perfekt aufgehoben hier in die Zukunft des Panzers. Vielen Dank und Tschüss.